Ja, hallo. Es geht um drei Top-Übungen gegen Schmerzen im unteren Rücken. Wir machen heute mal drei Anwendungen, wo Sie keine Matte brauchen, keinen Boden, auf dem Sie liegen. Also eher alltagstauglich. Übung Nummer eins. Übung Nummer eins besteht darin, dass wir uns durchhängen lassen. Wir nehmen hier jetzt mal einfach nur, das kann auch ein Schrank sein, das kann ein Schreibtisch sein, das kann ein Küchentisch sein, ein Sideboard, ja, irgendwas, wo man so eine Ecke hat. Und jetzt lassen Sie sich einfach durchhängen. Und Sie wählen den Abstand zu den Möbeln und zur Wand soweit, dass Sie merken, Sie können gut durchhängen, ohne auch wegzurutschen und gehen praktisch in diese Überstreckung vorsichtig rein. Zwei Minuten wirken lassen, nicht über zehn gehen. Ja, zehn heißt immer, ich kann nicht mehr ruhig durchatmen, ich muss die Luft anhalten. Das halten Sie im Moment aus, kommen dann wieder raus, machen direkt danach die Gegenbewegung, indem Sie einfach ganz locker und langsam nach vorne gehen. Jetzt wird hier hinten der Bereich, der oft angespannt ist, weil da hinten viel Arbeit gemacht werden muss, weil vorne alles zu kurz ist, der wird schön aufgedehnt. Zwei Minuten ruhig atmen, mal reinhängen lassen und wieder hochkommen. Und Nummer drei, Sie drehen sich, ja. Ina, nimm die Arme mal horizontal und jetzt dreh dich einfach nach rechts. Und jetzt wichtig, die Füße bleiben stehen und du drehst dich einfach. Guck mal, hier bin ich, guck zu mir, dreh dich mehr. Ja, richtig ordentlich drehen und dann langsam wieder, ach so, habe ich vergessen zu sagen. Eine Minute halten, da halbieren wir das. Die nächste Minute machen wir zur anderen Seite und dann drehst du dich nach links. Jawohl, muss ich ein bisschen ausweichen, so. Und so weit wie möglich drehen. Füße dürfen sich nicht bewegen. Sie drehen sich so weit, wie es geht. Füße dürfen sich nicht bewegen. Und wenn Sie den Kopf gleich mitdrehen, dann machen Sie gleichzeitig was gegen Ihre Nackenprobleme. und dann wieder zurück. Jawohl, das waren die Top drei Übungen gegen Schmerzen im unteren Rücken. Wie immer freuen wir uns über einen Daumen, der hochgeht, dass Sie unseren Kanal abonnieren. Ganz Neues, damit Sie kein Video versäumen, unser Video Newsletter. Tragen Sie sich an unserer Seite liebscherminuspracht.com ein. Oder unten in der Dropbox finden Sie einen Link, da können Sie direkt drauf gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017